Sie zeigen, wie man Spaß hat, wie man garantiert gut drauf ist und was in ihnen steckt, das zeigen sie auch. Man kann zwar ein Kamel sein, wenn man das unbedingt möchte, aber man darf nicht den Rahmen sprengen. Jetzt fühlen wir uns wieder wohl. Was gibt es Neues? S-Classics, Freitag, 21.35 Uhr, ORF 1.